Dieser Videoclip stellt das neue Bibliothekselement Sonnenschirm 20 vor. Aktivieren wir in einem ersten Schritt die Objekteinstellung und wählen dann im Ordner Objekte Außenanlagen das neue Sonnenschirmobjekt. Im Paneel Individuelle Einstellungen können Sie im Pop-up die Sonnenschirmtypen Strandsonnenschirm und Ausleger Sonnenschirm auswählen. Verwenden Sie das Kästchen Sonnenschirm geöffnet unter der 3D-Einstellung, um ihn zu öffnen oder zu schließen. Wenn Sie durch die Größe Ihres Projekts auf die Polygonanzahl achten müssen, wählen Sie den 3D-Detailierungsgrad einfach. Wir wählen nun zuerst den Typ Strandsonnenschirm aus und platzieren das Objekt auf dem Grundriss. Stellen Sie seinen Durchmesser mittels der 2D-Hotspots ein. Sie können den Durchmesser auch in 3D einstellen oder die Höhe mittels Hotspot unten und Hotspots oben strecken. Wenn Sie bei 3D-Detailierungsgrad den Modus einfach wählen, erscheint das Objekt in einer vereinfachten Form, sodass viele Details ausgeblendet sind. Bei Ausleger Sonnenschirm können Sie den Durchmesser einstellen oder die Höhe mittels des Hotspots unten und oben strecken. Mithilfe der brandneuen Sonnenschirm-Objekte wird Ihr Projekt ausdrucksstärker und Ihre Kunden werden von dem niveauvollen Rendering Ihrer Bilder beeindruckt sein. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020